Der Kollege von Frank und Börnseing, der hatte heute seinen großen Pechtaus, denn er war natürlich nicht eingeplant, er schon, Schiedsrichter hier aber lieber, weil leicht verletzt. Er hat auch gespielt und das war eigentlich das einzig sehenswertes Spiel heute überhaupt. Warum? Weil die Gegner mit vier Ersatzleuten eingelaufen sind in Worten. Vier, also die ganze Mannschaft, kein Stammspieler. Und Flemming durfte gegen den Einser spielen, der hat immerhin noch 2000 Punkte, hat immerhin mal dritte Bundesliga und Regionalliga gespielt. Und auf das Besonderstehende war er ein reiner und die Verteidiger. Auf das Besonderstehende von Schotthof Erdbeest. In jeder Zeitung der Verteidiger. Vielen Dank. Applaus